schönen guten morgen und herzlich willkommen hier zu meinem item shop schön dass ihr wieder mit eingeschaut habt ich bin es wie immer euer shopmaster ich hoffe euch geht soweit gut gerne könnt ihr mich auch weiterhin kostenlos unterstützen liken abonnieren nicht vergessen ansonsten noch unterstützt ein creator impact 82 könnt ihr gerne einmal auf suchen machen und dann ist er für die nächsten zwei wochen abgespeichert alles wie sagt kostenlos wir starten jetzt auch so ja mal ein bisschen was neues mit bei das ausgetauscht night rider motor rüpel fncs siren für 800 kann man ordentlich machen so ansonsten avatar geht heute raus heute geht es mit star wars weiter haltet euch noch an bis spätestens 10 uhr in die surfer dauern also für die eine oder andere der sind ein bisschen avatar noch gerne besorgen möchte dann schlag noch mal zu so wir haben auch hier zugeschlagen bei der zonen verteidigung ganz fresh eigentlich auf jeden fall was für mich dabei gewesen auch der simot vielen dank meins müssen wir überlegen ob man ihn noch holt mal gucken so haben wir jetzt hier noch kälte einbruch glücksraiser ist alles beim alten geblieben die ikonen hier hat sich auch nichts weiter verändert alles beim alten geblieben cool paket haben wir noch zeit auf jeden fall so das war's denn erstmal denkt dran heute das update für star wars zu erledigen und da sehen wir uns beim nächsten item shop wieder ansonsten heute abend geht es weiter mit custom games gerne könnt ihr auch alle mit zocken wie gesagt liken abonnieren nicht vergessen ansonsten war's das erstmal ich bin raus ich gehe davon aus dass auf jeden fall mit dem nächsten update auch im item shop sich viel von star wo es noch getan hat ansonsten war es das erstmal möge die macht mit euch sein ciao von now